Also für mich persönlich, ich habe gedacht, dritte oder vierte Platz von SVP. Und das ist auch so. Das ist auch so. Warum, kann ich noch nicht sagen. Es ist sicher so, ich habe meine Kinderheit nicht im Kanton Freiburg gemacht. Ich war im Kanton Watt. Meine Schule, alles habe ich im Kanton Watt gemacht. Also ist das den Grund, weiß ich nicht. Aber ich bin persönlich nicht enttäuscht. Ich bin gegangen für meine Partei. Ich möchte gern, dass meine Partei einen Sitz in der Exekutiv Freiburg macht, bringt. Aber ich kann noch nicht sagen, was passiert im zweiten Wahlgang. Ich hatte immer gesagt, das wäre gut, wenn wir ein Kandidat in der 10. Erste... Top 10, ne? Ja, genau. Und ich sehe da, wir sind Elfte. Also das ist nicht so schlecht. Nicht so schlecht? Nein, nicht so schlecht, weil wir könnten nicht besser machen, glaube ich. Ja, das war schwierig. Das wäre schwierig.